Die Berufung und Aussendung der Apostel Eine Geschichte aus dem Leben Jesu Eines Tages ging Jesus eine Weile auf einen Berg, um mit Gott zu reden. Als er wiederkam, wählte er zwölf seiner Freunde. Er nannte sie Apostel, was so etwas wie Botschafter bedeutet. Es waren Simon Petrus und sein Bruder Andreas. Judas, Jakobus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomeus, Thomas und der Steuereintreiber Matthäus, Jakobus und Thaddeus, der Freiheitskämpfer Simon und Judas Iskariot. Diese zwölf schickte er jeweils zu zweit auf eine Reise. Nehmt nichts mit, weder Geld noch Kleidung. Geht in alle möglichen Städte und Dörfer in Israel und erzählt den Menschen, was ich euch beigebracht habe, dass Gottes Königreich begonnen hat. Ich gebe euch die Kraft, Menschen von ihren Krankheiten zu heilen und von bösen Geistern zu befreien. Bleibt in den Städten, in denen man euch freundlich aufnimmt. Wenn euch eine Stadt nicht will, geht einfach weiter in die nächste. So machten sich die zwölf Apostel auf den Weg. Überall, wo sie hinkamen, heilten sie Kranke, vertrieben böse Geister und erzählten von Gottes Königreich. Als sie zu Jesus zurückkamen, waren sie begeistert. Sie erzählten ihm, was alles passiert war. Jesus freute sich mit ihnen. Aber er sagte ihnen auch, freut euch viel mehr darüber, dass ihr selbst zu Gott gefunden habt und durch mich ewiges Leben haben werdet. und durch mich ewiges Leben haben werdet.